Ich trage immer Pelletsäcke im Keller. Ich habe so einen Pelletofen im Wohnzimmer. Da kaufe ich mir die Säcke. Die gibt es in 15 Kilo-Einheiten. Die trage ich im Keller. Dann denke ich mir immer, das hast du jeden Schritt mitgeschöpft. Da merke ich das erst, wie schwer oder wie viel schwerer ich war. Und wie das für meine Knie. Ich habe kaputte Knie und was für eine Entlastung das jetzt sein muss. Es ist einfach alles leichter. Willkommen zu einem neuen Interview. Heute zu Gast einmal Michelle. Michelle war ja vor einigen Wochen auch schon im Interview. Und zu meiner Linken, Andrea. Stell dich am besten mal ganz kurz vor. Woher kommst du? Wie alt bist du? Was machst du beruflich, wenn du das sagen möchtest? Also ich bin die Andrea aus in der Nähe von Augsburg. Ich bin heute hergekommen. Ich habe einen erwachsenen Sohn und arbeite als Vertriebswillendienst. Okay. Fangen wir mal, wie eigentlich immer chronologisch an. Das Thema Gewicht oder das Thema Abnehmen. War das schon immer ein Thema? War das in deiner Kindheit ein Thema? Oder besser gesagt, wann wurde es zum Thema? Ab Mitte 20 habe ich mit dem Gewicht gekämpft. Okay, das heißt in der Kindheit? Nein, da war nichts vorhanden. Ja, erst so mit Familiengründung und ruhigerem Lebensstil. Wo du ausgezogen bist. Ja, so. Da, ja. Okay. Was war so oder wie fing das an? Dass ich Merkungen habe? Genau, dass es so langsam zum Thema wurde, dass du dich vielleicht auch unwohl gefühlt hast in deiner Haut. Das kommt ja so schleichend. Und das kann ich doch gar nichts sagen. Also, ich habe halt ein Kind bekommen und nicht mehr die Zeit gefunden, so viel Sport zu machen und halt Familie wichtiger. Okay, das heißt, nach der, nach der Schwangerschaft? Wobei ich nach der Schwangerschaft relativ viel wieder abgenommen habe. Also, auf das kann ich es nicht schieben. Einfach, denke ich mal, ein anderer Lebensstil bei mir. Weißt du noch, wenn du deine erste Diät gemacht hast? Ich habe immer Heilfasten gemacht. Oh. Ja. Damit habe ich das reguliert. Da ging auch schon Gewicht weg, aber es ging halt dann auch wieder langsam wieder hin. Das heißt, zwischen welchem Gewicht ist das geschwankt? Also, ich sage mal, wann war so der Punkt, wo du dachtest, okay, jetzt eine Runde Heilfasten, weil ich das Gewicht wieder loswerden muss? Ich glaube, das erste Mal Heilfasten. Ja, das kann ich da keine sagen, aber schon ewig her. Ja, also auch mit 30, denke ich mal, so mit 30 rum. Aber ich meine, das Gewicht, wo, wo, also wann war immer so der Zeitpunkt, bei welchem Gewicht, dass du gesagt hast, okay, jetzt muss ich Heilfasten machen oder jetzt mache ich Heilfasten? Ich habe halt so als Mädchen immer so 58 gewogen und irgendwann hatte ich halt dann mal die Acht vorne dran und da habe ich mir halt gedacht, es wiegen ja Männer. Und wenn du dann die Zahl liest, dann, das versteht einen einfach. Ach, und klar, du siehst ja im Spiegel, wie du ausschaust. Das heißt, du bist zwischen 80 und 58 geschwankt? Nee, also ab Mitte 25 war dann das niedrigste 73. Das und dann aber schon immer so 80 und höher. Okay, und das war quasi immer so deine Abnehm-Methode, dass du auch andere Diätversuche gehabt hast. Bevor ich zu euch gekommen bin, habe ich mal noch das 16-8 gemacht, Intervallfasten. Da ging ein bisschen was über einen ganz langen Zeitraum, aber nicht befriedigend und für mich auch, also nicht befriedigend einfach, für mich jetzt. Ja. Okay, und wie kam es dazu, dass du dann, ich meine, wie bist du das erste Mal auf uns gestoßen überhaupt? Instagram. Okay, wann war das? 2020? 2021? Ich habe es ja letztes Jahr gemacht, dann so 20, 21. Also ich bin schon, ich habe schon relativ zeitnah auch Kontakt aufgenommen. Also so lange bist du uns gar nicht gefolgt? Okay, und was war denn für dich so der Punkt oder der Punkt kurz bevor du dich bei uns beworben hast? Was war da die Situation? Also? Die Situation war, dass ich mir nicht gefallen habe im Spiegel, aber ich habe mein Gewicht nicht gewusst. Also Verdrängungstaktik. Es gibt auch keine hässlichen Fotos von mir, die werden alle gelöscht oder wurden alle gelöscht. Oh, wir brauchen aber welche für das Interview. Ja, und ja, ich habe erst eins gekriegt bekommen und ich habe mich halt nicht gewogen, weil die Zahl, wenn ich dann gelesen hätte, war ich total verstehe gewesen. Also wirklich so Verdrängung. Okay. Und was war für dich so der Punkt, dass du dann wusstest, okay, ich muss jetzt etwas ändern? Also gab es so einen entscheidenden, ja, ich sage mal, Klickmoment? Nee, ich, nee, ich habe mich, ich habe immer, ich wollte immer was ändern, ich wollte nie stärker sein, aber ich habe es halt einfach nicht geschafft. Also ich habe immer, ich habe Heifaschen gemacht, Heifaschen 16,8. Warum hast du dann so an dem Zeitpunkt nicht wieder Heifaschen gemacht? Weil irgendwann funktioniert es noch mal so gut und Heifaschen, während du arbeitest, ist auch schwierig, weil die Konzentration lässt nach und es ist halt erst mal immer schwerer gefallen. Obwohl, wenn du mal angefangen hast, das geht schon. Also ich kann schon zwei Wochen nichts essen und nur selbstgemachte Gemüsebrühe trinken, das funktioniert schon. Aber irgendwann ist es halt doch. Okay, was heißt, irgendwann wird man müde? Ja. Ständig quasi, ja, im Prinzip ist ja nichts anderes als eine Crash-Diät. Ja. Und dann nimmt man halt langsam wieder zu. Okay. Und wie kam es dann dazu, dass du gesagt hast, ich meine, du hast mich auf Instagram gefunden, uns auf Instagram gefunden. Warum hast du dich dann bei uns beworben? Weil die, ich habe dann auch sämtliche Videos angeschaut von den Frauen, die da auf YouTube zum Sehen sind und das waren lauter normale Frauen, also wie ich, ganz normale und die waren so authentisch oder so ehrlich und also ich war da überzeugt davon, dass es funktioniert, also von euch, aber jetzt, ob ich das schaffe, das wusste ich natürlich nicht, aber ich habe halt gedacht, das muss ich probieren. Okay, dann hast du dich, wie lange hat es gedauert, dass du dich dann selbst beworben hast bei uns, vom Kennenlernen bis Eintrag zum Erstgespräch? Also ich glaube, dass es auch relativ schnell war, aber mich hat dann schon der Preis erst mal erschreckt oder halt, ich musste halt erst mal verdauen. Dann habe ich nochmal Heifaschen gemacht, habe ich gedacht, das schaffe ich selber und dann in zwei Wochen vielleicht im Endeffekt zwei Kilo abgenommen oder so und dann hatte ich, glaube ich, schon das Gespräch mit dir. Was halt bei mir dann noch war, ich habe es dann nicht gleich gemacht, weil ich habe ein kleines Häusle und das wurde dann außen geweißelt und das sind ja riesen Summen und Handwerkerrechnungen sind immer noch teurer, als man es plant und das wollte ich halt erst abwarten, ob ich es mir dann noch leisten kann. Ja, aber ich wollte es machen, ich wollte es unbedingt machen, habe es halt dann beim zweiten Anlauf gemacht. Okay, war der Zweifel größer an uns, dass wir doch nicht das bieten, was wir versprechen oder der Zweifel an dir, dass du es nicht durchhältst oder welcher Zweifel war da? Ja, an mir, weil ich habe ja schon zu viel gemacht und es nicht längerfristig schafft. Das heißt, die größte Angst war, viel Geld zu investieren und am Ende dann nicht durchzuhalten quasi. Wobei, das viel Geld war, glaube ich, ein Punkt für mich, dass ich gar nicht vom Weg abgewichen bin, weil für mich war das so eine große Nummer. Also, also ich habe wirklich mich, also für mich war das ein Punkt, dass ich es auch durchgehalten habe. Also bin ich überzeugt davon, dass das ganz wichtig war für mich, weil das für mich halt schon eine größere Summe war und die ist auf jeden Fall wertig, aber das ist halt dann was Großes, wo du einfach schaffen. Ja, wirklich. Was, ich meine, jetzt hattest du das, du hattest dann das Beratungsgespräch, hattest du es mit mir oder mit Diana? Das erste mit dir, also das allererste Gespräch hatte ich mit der Diana, aber so ein Videocall hatte ich mit dir. Ja. Mit welchem Gewicht bist du dann schlussendlich bei uns gestartet? 82. Mehr als erwartet oder weniger als erwartet? Ja, viel mehr. Ich habe halt gedacht, 73 vielleicht, 77 oder, also das war schon das erste Mal, also ich habe mir auch geschämt, wie ich dir gesagt habe, wie viel ich wiege im Telefonat, also ja, das war mir ganz arg, also viel mehr natürlich. Ja, okay, und dann sind wir gestartet. Wie hast du so die ersten zwei, drei, vier, fünf Tage empfunden? Also ein Abend, das war an einem Montag, haben wir gestartet und am Abend davor habe ich gedacht, oh Gott, ab morgen muss ich verzichten und es war ganz schwer und so die Gedanken, die man hat vor der Diät. Und dann hat sie mir das so, hat sie mir das so einfach gemacht, also ich habe keine ganze Haut, aber das, also ich habe sie mir einen roten Abnehmteppich ausgerollt und ich bin halt drüber marschiert und das war wirklich so einfach, weil ich habe, ich durfte ja sagen, was ich gerne esse und habe dann den Plan gekriegt mit den Sachen, die ich gerne esse, also das war für mich wirklich einfach. Also es war zu keiner Sekunde schwer. Also ich habe mir dann schon gedacht, oh, jetzt musst du einen Kalorien tragen, oh Gott, aber das ist alles so easy, weil das, da brauchst du ja keine, jetzt keine zwei Minuten am Tag, wenn ich das mal mache, also schrecklich. Was waren deine Ängste vor dem Kalorienzählen, also wenn du sagst, hey, oder? Ja, einfach, ich glaube, das Unbekannte, keine konkreten, sondern ob ich es check oder, ja, oder viel Zeit, dass viel Zeit drauf geht, aber es ist ja gar nicht so. Mhm. Was würdest du sagen, was hat dir am meisten geholfen in der Zusammenarbeit? Die, die Videoplattform, der Kontakt zu deinen Coaches, die Live Calls? Also ganz viel, also der Kontakt zu den Coaches, dass immer einer drauf schaut und auch mal mir Feedback gibt. Die Tabelle, also ja, einfach zu sehen, dass es nicht so runter geht, sondern so und wenn es mal hoch geht, dass ich trotzdem weiß, es geht weiter runter, also das zum Erkennen, also die Tabelle fand ich richtig gut. Deine Videos, die habe ich reinzogen, also die finde ich auch hammer gut. Die Videocalls war ich ab und zu dabei, aber da war ich dann schon, ich war nie mit Bild dabei, weil entweder bin ich gerade heimgekommen und habe keine Zeit gehabt oder war ich dann schon so im Sofa-Outfit und wollte nicht. Also das war jetzt für mich nicht ganz so wichtig, aber alles andere. Eigentlich alles, was ihr anbietet. Mhm. Jetzt war ja, oder ist es bei ihr ja so, du hast ja Hashimoto. Ja. War das für dich in der Zusammenarbeit jemals auch so ein Punkt, dass du sagst, vielleicht liegt dir auch das Übergewicht daran oder deswegen kann ich nicht abnehmen? Bei mir ist das gut eingestellt. Mhm. Ich hatte schon mal Schwierigkeiten, dass ich ganz arg müde war und so, aber ich weiß, dass es richtig gut eingestellt ist. Ich habe auch nie das als Vorwand genommen, dass ich mehr weg, also gar nie. Ich habe mir vielleicht gedacht, vielleicht fällt es mir dann schwerer abzunehmen, aber da habe ich keine Sekunde dran gedacht, jetzt bei euch. Was dachtest du denn vor der Zusammenarbeit, was für dich so die Schwierigkeit ist oder das Problem, warum du es nicht schaffst abzunehmen? Ich habe ja auch vorher immer auch so eine Heißung auf Süßes gehabt. Mhm. Habe es mich unter der Woche zusammengerissen und am Freitag habe ich mir dann Süßigkeiten gekauft und wir gegessen. Und ich habe halt gedacht, wenn ich das nicht lassen kann, dann mache ich halt alles kaputt. Aber wie du immer sagst, wenn die Ernährung passt, ich habe das nicht mehr. Mhm. Ich habe das nicht mehr. Und ich weiß mal, in der ersten Woche habe ich dich dann am Freitag, habe ich, oder halt in die Gruppe geschrieben, ich habe jetzt halt Lust. Also normalerweise würde ich halt Schokolade kaufen und dann hast du gesagt, so ein Schokolade-Eiwes-Pudding ist doch auch gut. Und es hat mich dann gerettet. Wirklich. Mhm. Ja, es ist ja ganz häufig so, dass Personen vor der Zusammenarbeit denken, Sache X ist die Schwierigkeit, die es zu lösen gilt oder das Problem. Dabei ist das eigentlich nur die Konsequenz und das Problem, was zu beheben gilt, liegt quasi ganz woanders. Mhm. Das Thema Wechseljahre, war das für dich ein Thema in der Abnahme? Auch nicht. Nee, ich bin zwar vom Alter in den Wechseljahren, aber ich habe keine Beschwerden. Oder dass du Zweifel hattest, dass es deswegen vielleicht nicht funktioniert? Nee. Habe ich auch nicht angesprochen gehabt. Mhm. Was oder wann war so der Zeitpunkt für dich, dass du gemerkt hast, okay, diesmal ist die Abnahme anders als die Male zuvor? Von Anfang an, weil es ging gleich richtig gut los mit dem Abnehmen. Und ich war ja immer satt oder ich bin immer satt. Also satt und zufrieden. Mhm. Und das erkenne ich von keiner Diät. Also ja. Okay, das heißt 8 Tage, 2 sagen wir mal. Ja, wirklich. Aber wenn du mal so zurückblickst, Andrea, jetzt auf die Zeit auch bei uns, was waren so in der Zeit deine größten Hürden, die du vielleicht hattest? Du sagst immer, es war alles so einfach, aber hattest du auch vielleicht Hürden? Eigentlich nicht. Wirklich. Nee. Klar, ich habe vor jedem neuen Schritt immer Schiss gehabt. Also zuerst einmal habe ich den Plan bekommen. Mhm. Dann musst du nach Plan essen, aber der war ja so gut. Also der Plan, das war ja ein Eldorado für mich, weil ja nur meine, die Sachen, die ich mag, da draufstehen. Und dann ging es ja ziemlich bald los, dass ich selber das so, da habe ich mir auch gedacht, oh Gott. Aber das war dann alles einfach. Einfach machen und das ist dann gar nicht so schwer. Es ist sowas jetzt bei mir. Ich habe, nee, es war wirklich einfach. Und es hat mir auch bei den Videos immer aufgeregt, wenn die Frauen gesagt haben im Nachhinein, es ist einfach. Ich habe mir immer gedacht, ja klar, wenn du Kraft hast, dann kannst du sagen, es ist einfach. Aber es ist wirklich, also bei mir war es auch. Gibt es so eine größte Erkenntnis, die du hattest oder die du hast aus der Zusammenarbeit für dich? Ja, dass ich mich also essen kann, dass ich satt bin und trotzdem mein Gewicht halten kann oder da jetzt abgenommen habe. Und dass es keine Veranlagung ist, dass ich heiß auf Süßigkeiten war, sondern nehme ich mal an jetzt meine Ernährung. Weil ich habe das ja jetzt nochmal. Klar, man darf mir jetzt nicht meine Tafel Schokolade allein lassen. Ich weiß jetzt nicht, aber ich habe nicht, ich kann im Supermarkt. Ich brauche keine Süßigkeiten mehr. Jetzt ist ja auch bei dir das Thema, dass die Zusammenarbeit ja im Prinzip seit ziemlich genau einem Jahr vorüber ist. Weil das ist ja etwas, was ganz oder relativ viele mich auch fragen. Okay, wie ist das denn? Ist die Abnahme auch nachhaltig? War das bei dir am Anfang der Zusammenarbeit auch so ein Punkt, über den du nachgedacht hast? Okay, ist das Ganze auch nachhaltig? Nee, eigentlich nicht. So weit habe ich gar nicht gedacht. Ich wollte es einfach schaffen. Erst mal atmen quasi. Wie ist jetzt, ich meine, wie ist es nach der Zusammenarbeit weitergegangen für dich? Also du hast ja am Anfang der Zusammenarbeit gestartet mit 82 Kilo, dann am Ende der Zusammenarbeit wuchst du oder warst du? Knapp 70, also 70. Ich hätte eigentlich so die sechs unbedingt davor haben wollen. Wie ging es dann weiter für dich nach der Zusammenarbeit? Ich habe dann weitergemacht, genauso wie bisher. Also auch an die Tabelle das eingetragen. Und da habe ich auch schon, also ohne Coaching habe ich schon erstmal ein bisschen Bommel gehabt, dass ich jetzt alles kaputt mache. Und habe halt akkurat weitergemacht, aber langsam entspannt sich das ja dann, weil ich habe meine Standardessen und ich weiß ja, wenn ihr die kombiniert, dann passt das ja von der Kalorienzahl. Also langsam hat sich das dann entspannt. Ich tue jetzt nur noch Trecken, wenn ich jetzt ein neues Gericht habe, wo ich denke, das ist gut und das mache ich öfters, dann schaue ich, ob das auch passt. Wird das Gewicht seitdem verändert? Ja, ich wiege jetzt fünf Kilo weniger noch. Okay, also Coaching ist ein Jahr her und du wiegst jetzt sogar fünf Kilo weniger. Okay, zum Thema Nachhaltigkeit. Okay, was würdest du denn selber sagen, was ist denn so der Grund, warum das jetzt diesmal auch ein Jahr später noch klappt mit dem Gewicht und beim Heilfasten oder bei den Diäten davor nicht? Ja, weil ich jetzt was gemacht habe, dass ich nachher genauso weitermachen möchte und weitermache. Also ich habe meine Ernährung umgestellt in den vier Monaten. Also ich weiß jetzt, was das bedeutet, die Ernährung umstellen. Und ich weiß jetzt auch, was viel Gemüse ist. Vorher habe ich halt gedacht, ich esse viel Gemüse. Also ich weiß jetzt halt, wie es funktioniert. Du bist ja jetzt quasi insgesamt dann 17 Kilo leichter. Wie oder was hat sich da in deinem Leben, sag ich mal, verändert? Jetzt qualitativ, also von oder im Vergleich zu vorher und jetzt? Ja, dass ich mir gefällt, schöne Kleidung, dass ich mir einfacher tue, was schön ist zum Kaufen. Ich bin mit Sicherheit viel selbstbewusster oder gebe mich selbstbewusster. Ich trage immer Pelletsäcke im Keller. Ich habe so einen Pelletofen im Wohnzimmer und da kaufe ich mir die Säcke und die sind, wiegt ein Sack 15 Kilo. Was ist überhaupt ein Pelletofen? Pelletsäcke, das sind so kleine Holzsticks. Statt Schaltholz kommen die hinten rein und die gibt es halt in 15 Kilo Einheiten. Die trage ich im Keller und dann denke ich mir immer, das hast du jeden Schritt mitgeschöpft. Da merke ich das erst, wie schwer oder wie viel schwerer ich war und wie das für meine Knie. Also ich habe kaputte Knie und was für eine Entlastung das jetzt sein muss. Ja, ja. Klar, also das Bessere, das nimmt man ja nur unbewusst wahr oder es ist einfach alles leichter. Wie ist das mit den Knieschmerzen und die jetzt weg? Nein, das nicht, aber da runter. Also wir waren heuer an so einem Aussichtspunkt am Plansee, da ging es richtig steil rauf. Rauf hat sich alles gut, aber mit Knie runter war es richtig übel. Und ich habe ihn rauf gedacht, Andrea, was machst du da? Ich muss bergwacht, muss dich runter transportieren. Weil, also ich habe mir nicht vorstellen können, dass ich da runter komme wieder. Und ich hatte Stöcken dabei und es war gar nicht so schlimm. Also ich bin echt gut runter gekommen. Und das war vorher nicht. Also vorher war das mit ganz, ganz starken Schmerzen verbunden, im Berg runter zu laufen, auch mit Stöcken. Und das war jetzt viel besser. Gab es Reaktionen von deinem Umfeld auf deine Abnahme? Ich meine, klar, du hast jetzt nicht 30, 40 Kilo verloren, aber gab es Leute, die dich gefragt haben oder darauf reagiert haben auf deine Abnahme? Also die, die mich länger nicht gesehen haben, haben schon irgendwas gesagt. Ja, das schon. Gab es jemanden, dem du gesagt hast, hey, war man Coaching? Ja, klar. Also ich bin da voll überzeugt davon. Und was oder welchen, welchen Leuten oder was würdest du diesen Leuten sagen, was sie mitbringen sollten, damit so ein Coaching erfolgreich wird? Oder welche Voraussetzungen sollten diese Personen mitbringen? Jemand, der wirklich abnehmen möchte? Ja. Und jetzt, da bekommst du halt was an der Hand, wo du es dann auch schaffen kannst. Also ich würde es am liebsten jedem aufdringen. Wirklich jetzt, aber das geht ja nicht. Also du kannst halt sagen, wie sie... Kannst du liegen karten, nimm liegen davon. Ja, okay. Dann bin ich ja heute da, dann kann ich ja das Video weiter schicken. Ja, also ich bin überzeugt davon, dass mit euch jeder abnehmen kann, der will. Ich bin überzeugt davon, weil ich habe es auch geschafft. Daraus ist, dass man auch bereit ist für ein paar Dinge zu ändern. Ja, aber so zeitintensiv ist das ja nicht. Also ich habe mal, wie gesagt, das Tracken oder nach Plan kochen, aber es war so easy. Gut, mehr Fragen habe ich auch nicht. Okay, dann erstmal vielen Dank, dass du den riesenweiten Weg aus Augsburg auf dich genommen hast. Gerne. Und ja, wenn du vielleicht gerade zusiehst und dich vielleicht auch bei Andrea wiederfinden konntest und vielleicht auch einen Abnehmweg von 10, 15, 20 Kilo vor dir hast und vielleicht auch im ähnlichen Alter bist, dann melde dich gerne bei uns unter www.janbarm.de. Und dann schauen wir auch deine Situation genauer an und schauen, wie wir dich über die nächsten vier, sechs oder zwölf Monate nachhaltig an deine Wunschfigur bringen können. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. 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 Zuhören und bis zum nächsten Mal.